Eine professionelle E-Mail einzurichten ist simpel, aber es ist nicht der Ort, wo du sparen solltest. Warum, wie und wo du am besten deine professionelle E-Mail für dein Unternehmen einrichten solltest, das zeige ich dir in diesem Video. Mein Name ist Elias Brasser, ich bin Mitbegründer von Solonion App und ich mache dieses Video, weil ich dir jetzt schon bei einigen Startups geholfen habe, ihr Business einzurichten und da kam immer die Frage, wie machen wir jetzt das mit der Geschäfts-E-Mail? Und dann die kurze Antwort, mach es mit Google. Oder Outlook, das sind die zwei Player, mit denen ich gehen würde. Nicht irgendwie Titan-Mail von WordPress oder sonst irgendwas von deinem Domain-Hosting-Anbieter. Du wirst es später bereuen, denn wenn du wächst, mehr Mitarbeiter hinzukommen und du diese Kommunikation irgendwo mit einer Software integrieren möchtest, dann wirst du mit keinem dieser anderen Anbieter das machen können, weil die einfach zu klein sind und du so viel mehr mit Google oder Outlook machen kannst. Nun, mein Favorit ist Google. Natürlich gibt es viele Leute, die mögen Outlook, aber ich bin jemand, ich mag es gern einfach und Google macht es einfach. Deshalb werde ich dir heute zeigen, wie du deine professionelle E-Mail oder besser gesagt dein Unternehmen auf Google aufbaust, was du damit machen kannst und wie du das Schritt für Schritt einrichtest, dass du später mit dem Verwalten der Mitarbeiter und hinzufügen mit mehreren E-Mail-Adressen keine Probleme mehr hast. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Elias Brasser, Mitbegründer von Solunion App und wir sind hier, um Unternehmen zu helfen, ihr Marketing zu vereinfachen und selbst in die Hand zu nehmen. Und wenn du bis zum Schluss bleibst, dann weißt du die exakten Schritte, wie du jetzt deine professionelle E-Mail bekommen kannst und ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Also, lass uns gleich loslegen. Nun ist noch ganz kurz vorweg, natürlich, du kannst dir auch hier ein Gmail-Account einrichten mit deinem Unternehmen at gmail.com. Natürlich geht das, aber dann hast du einfach nur diese eine E-Mail-Adresse und wenn jetzt Mitarbeiter hinzukommen und diese auch eine E-Mail-Adresse, eine individuelle bräuchten, dann könntest du das nicht hier weiterführen. Dann müsstest du sowieso dann upgraden auf ein Google Workspace oder so etwas und das bringt einfach nur Probleme mit sich. Und zweitens, es schaut nicht wirklich professionell aus, weil es läuft nicht über deine Domain, es läuft über gmail.com und das sieht einfach jeder. Diese Variante wäre einfach, gehst auf gmail.com, klickst auf Konto erstellen für Arbeit oder für mein Unternehmen und dann, wie du siehst, bietet hier sogar Google diese zwei Möglichkeiten an. Entweder eine Gmail-Adresse, die kostenlos ist, da hast du trotzdem noch Google Drive-Speicherplatz dazu, was natürlich sehr gut ist, aber 15 GB sind einfach sehr, sehr wenig. Deshalb empfehle ich dir unbedingt, dieses Google Workspace-Paket hier zu wählen. Du kannst das hier 14 Tage lang kostenlos testen, nachher ist das 6 Dollar, ungefähr 6 Franken im Monat, pro Person. Aber glaub mir, das sind gut investierte 6 Franken, die dir viel Frustration ersparen werden. Somit klicke einfach auf Workspace testen, gib hier den Namen deines Unternehmen ein, wie viele Mitarbeiter, momentan jetzt zum Test nur ich, in welcher Region, dann auf Weiter, gib hier deine Kontaktdaten ein. Jetzt hier bei der E-Mail-Adresse spielt es noch keine Rolle, was für eine du reintust, gib einfach mal deine private ein, klickst auf Weiter. Hier noch kurz auswählen, ob du eine Domain schon hast. Also die Domain ist einfach hier dieser Bereich hier, bei deiner Webseite, google.com zum Beispiel. Wenn du noch keine hast, dann kannst du sie zum Beispiel auf Hostpoint, kannst du hier eine kaufen. Wir haben mit Hostpoint sehr gute Erfahrungen gemacht. Die haben auch sehr schnellen Support, falls irgendwas schief geht. Aber grundsätzlich, was wichtig ist, ist, dass die DNS-Einstellungen, wozu wir nachher noch kommen, schnell aktualisiert werden. Und da haben wir schon mit verschiedenen Domain-Anbietern gearbeitet. Und zum Teil dauert das einfach eine Ewigkeit, bis die aktualisiert wurden. Und das ist ziemlich mühsam. Nachher bei der Einrichtung, bei der Mail oder anderen Dingen, für die du DNS-Einträge brauchst. Und deshalb mit Hostpoint hatten wir bisher die wenigsten Probleme. Also für eine .ch-Domain empfehlen wir Hostpoint. Und wenn du eine .com-Domain möchtest, das ist eigentlich eine Domain aus den USA, aber es wird auch oft für Unternehmen verwendet, dann empfehlen wir Cloudflare. Denn hierüber sind die .com-Domains günstiger, als wenn du sie über Hostpoint kaufst. Und grundsätzlich empfehlen wir die Verwaltung der DNS-Einträge dann auch über Cloudflare, weil du hier ein bisschen detailliertere Anpassungen machen kannst. Aber jetzt nur für eine E-Mail einzurichten, reicht es, wenn du die Domain auf Hostpoint kaufst und anschließend wieder zurück zu Google gehst. Du könntest auch jetzt hier bei Google nach einer Domain suchen. Jetzt hier für eine .com-Domain zum Beispiel kannst du ja auch für 12 Franken pro Jahr haben, wie du willst. Auf jeden Fall, wenn du jetzt schon eine Domain hast, können wir hier die Domain eingeben. Und das ist sehr wichtig, denn dies wird dann deine primäre Domain im Google Workspace. Das heißt, wenn du dann Mitarbeiter hinzufügst, dann wird dieser Mitarbeiter über diese Domain eine E-Mail-Adresse bekommen. Also klicken wir auf Weiter. Dann kannst du jetzt hier deine persönliche E-Mail-Adresse festlegen. Also die E-Mail-Adresse, mit der du dich dann im Google Workspace-Konto anmelden wirst und mit der du auch persönlich E-Mails hin und her schicken kannst. Also normalerweise würde ich jetzt hier einfach deinen Vornamen nehmen oder vorname.nachname.com oder vorname.com. Ich mag es persönlich einfach mit dem Vornamen. Dann legst du hier dein Passwort fest. Ist natürlich dann auf dich angepasst. Hier kannst du noch anwählen, ob du Informationen, E-Mails von Google bekommen willst, Tipps, Updates und so weiter. Ich empfehle es dir am Anfang, dass du einfach ein bisschen reinkommst und ein paar Sachen lernst. Anschließend kannst du es immer noch abbestellen, wenn du zu viele E-Mails von denen bekommst. Dann gehen wir hier zustimmen und weiter. Und jetzt kommst du natürlich zur Zahlung. Also einfach zum Hinterlegen der Kreditkarte, dass nach Ablauf der vierten Tage dein Konto direkt ohne Unterbruch weiterläuft und keine E-Mails verloren gehen, falls du die Kreditkarte nicht rechtzeitig hinterlegst. Deshalb musst du die Kreditkarte jetzt schon hinterlegen. Jetzt hast du hier eine Testphase von Business Standard. Das ist nicht das, was vorhin gestanden ist. Google gibt einem eigentlich von Anfang an den höheren Plan zum Testen. Ist einfach wichtig, dass du nachher dran denkst, dass du dein Konto wieder runterstufst auf Business Starter. Also hier hast du das ganze Kündigung vor oder Downgrade auf Business Starter ist jederzeit möglich. Einfach, das kannst du direkt nach dem Start der Testphase oder irgendwann während der Testphase kannst du es erledigen, wenn du diese Sachen noch nicht brauchst. Irgendwann wirst du mehr Cloud-Speicher brauchen, aber es wäre den Anfang nicht unbedingt notwendig. Klicke einfach auf 14 Tage kostenlos testen, dann hier die Rechnungsdaten eingeben und natürlich die Zahlungsmethode. Wenn ihr hier alles eingegeben habt, natürlich auf Weiter klicken, dann wird das ganze verifiziert und dann könnt ihr das ganze hier akzeptieren und schon seid ihr drin. Jetzt führt euch Google sogar Schritt für Schritt durch den ganzen Prozess hindurch. Also das erste, was ihr machen müsst, ist eure Domain bestätigen. Das heißt, klickt da drauf, eröffnet sich das Fenster und ihr könnt das ganze durchlesen, aber ganz einfach, ihr müsst diesen Text hier kopieren. Also klickt einfach hier auf Kopieren. Versucht nicht, das hier raus zu kopieren, denn es kann sein, dass dann irgendein Abstandszeichen oder irgendwas noch mitnimmt, was dann natürlich einen Fehler in den Domain-Anstellungen gibt. Dann geht ihr zu dem Ort, wo ihr die Domain gekauft habt. Bei mir jetzt auf hostpoint.ca. Wenn du auf der Webseite bist, dann klickst du einfach hier oben auf Control Panel Login, dann kommst du zu den Domain-Einstellungen, dann zu meinen Domains und dann klickt ihr auf eure Domain, die ihr zum Workspace zugefügt habt. Einfach auf Domain bearbeiten und dann hier DNS-Editor öffnen. Diese Einträge hier werden bei dir wahrscheinlich ein bisschen kürzer ausschauen, weil du noch keine Anpassungen gemacht hast für die Domain. Aber dann klickst du einfach unten auf Neuer Record hinzufügen. Du wählst hier aus TXT und da fügst du den Text hier ein. Ansonsten nichts. Einfach Record speichern, jetzt ausführen. Bei den meisten Plattformen hat es noch irgendeinen Knopf, den du drücken musst, damit es wirklich dann live ist. Hier wird das Ganze noch ein bisschen genauer beschrieben. Dasselbe, wie ich dir jetzt gerade gezeigt habe. Dann einfach meine Domain bestätigen. Wie gesagt, je nach Domain-Anbieter kann das ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger dauern, bis das Ganze bestätigt wird. Also bis halt dieser neue Antrag bei der Domain wirklich funktioniert. Okay, perfekt. Wie du siehst, die Domain wurde bestätigt. Der nächste Schritt wäre jetzt neue Benutzer hinzufügen. Wenn wir jetzt ein Team haben, die individuelle E-Mail-Adressen brauchen. Wenn nicht, dann können wir direkt zum nächsten Schritt gehen, nämlich Gmail für deine neue Domain aktivieren für den Google Workspace. Das heißt, du klickst da drauf und dann bestätigst du hier einfach diese zwei Punkte hier. Bedeutet einfach, wenn du vorhin schon ein Webmail gehabt hast und du wechselst erst jetzt zu Gmail, dann bestätigst du hier, dass du jetzt alle Nutzer, also alle E-Mail-Adressen, die du vorhin hattest, hinzugefügt hast. Denn auf die alten E-Mail-Adressen kommen jetzt keine E-Mails mehr ein, wenn du diesen Schritt jetzt durchgehst. Und dann natürlich, dass jetzt der gesamte E-Mail-Verkehr über diese Domain hier über Google Workspace, also Gmail nachher läuft. Dann auf Weiter und jetzt kommt dieses komplexe Zeugs hier, das eigentlich gar nicht schwer ist. Du musst es einfach richtig machen und keine Abstände kopieren oder sonst irgendwas. Aber wir machen das jetzt Schritt für Schritt einfach miteinander durch. Du gehst also jetzt als erstes nochmal zu deinem Domain-Anbieter zurück und prüfst, ob du irgendwo ihr MX-Einträge hast. Also Typ hier, Typ MX. Diese Einträge sind zuständig für E-Mails. Das heißt, all diese Einträge, die würden nachher die neuen Einträge blockieren. Und diese müssen wir jetzt rauslöschen. Also hier, all diese vier Einträge hier brauchen wir nicht mehr. Dann nochmal jetzt ausführen klicken. Dann siehst du, hat das umgesetzt. Dann gehen wir zurück hier und fügen jetzt all diese Einträge hinzu. Also all diese MX-Einträge, die dort stehen. Also neuen Record hinzufügen. Dann auf MX, Hostname, hier diesen Text. dann wichtig, dann die Priorität 5 setzen. Und jetzt dieser Schritt hier ist unterschiedlich bei jedem Domain-Anbieter. Mach mal musst du ein Ad einfügen oder mach mal einen Stern oder mach mal muss es einfach leer lassen. Jetzt hier machen wir es mal ohne irgendwas. Speichern. Dann fügen wir den nächsten hinzu. Wichtig, immer MX jetzt hier. nochmal Priorität 5. Dann den dritten hier Priorität 10. Und den letzten nochmal mit Priorität 10. Dann nochmal jetzt ausführen, alle miteinander. Dann gehst du zurück zur Anleitung und klickst auf Gmail aktivieren. Jetzt prüft es das Ganze. Wie gesagt, hier kann es auch ein paar Minuten dauern. Falls du jetzt das erste Mal einige Fehlermeldungen bekommst, ist das ganz okay. Wie hier, genau, jetzt scheint es so, als hätten wir einen vergessen. Ah, genau, diesen Wert hier. Gehe nochmal auf MX. Dann Priorität 1. Genau. Nochmal hinzufügen, ausführen. Dann testen wir das Ganze nochmal. Perfekt. Dann hat es jetzt schon funktioniert und du bist somit eigentlich ready. Also wenn du jetzt den Account nur für dich eingerichtet hast, dann kannst du den Schritt hier überspringen und ich zeige dir jetzt, wie du manuell das Ganze erleben kannst. Hier kannst du Google folgen, noch andere Dinge einrichten, aber anschließend kannst du hier über diese 9 Punkte hier runter scrollen und dann hier auf den Admin-Bereich zugreifen. Du kannst das Ganze verschieben. Wenn du oft drauf zugreifen musst, kannst du es irgendwo hoch tun, dass du es auch schnell Zugriff drauf hast. Klickst du das mal an und dann hast du hier die gesamte Überblick über deinen Workspace. Wie du siehst, wir haben jetzt einen Nutzer hinzugefügt. Wir können hier die Abrechnung verwalten, also das Konto downgraden auf das Starter-Konto, das dann nur 6 Franken im Monat kostet, einfach vor Ablauf der Testphase. Aber was jetzt sehr wichtig ist, ist die Verwaltung von Mitarbeitern und auch E-Mail-Adressen. Dafür gehst du zu Nutzer, da kannst du auf jetzt deinen Nutzer draufklicken, kannst du ein Bild hinzufügen. Das ist sehr gut, also wenn du dann E-Mails an andere Gmail-Nutzer sendest, dann sehen die dein Bild und es schafft einfach direkt Vertrauen, wenn du ein persönliches Bild von dir drauf hast in den E-Mails, die du versendest. Aber jetzt hier ein sehr wichtiger Punkt ist, sind alternative E-Mail-Adressen. Das sind E-Mail-Adressen, die über diese Domain laufen und in deinen gleichen Posteingang reingehen und du kannst mit dieser E-Mail-Adresse dann auch antworten. Das heißt, du kannst jetzt eine E-Mail-Adresse wie info.at.deine-domain.com erstellen oder support.at.deine-domain.com Du kannst hier jede erdenkliche E-Mail-Adresse erstellen, also einfach den vorderen Teil der E-Mail vor dem Ad, den kannst du hier für dich benennen. Also zum Beispiel info.at.eliasbasser.com Dann klicke ich auf Speichern und schon ist sie hier als alternative E-Mail-Adresse in meinem Konto hinzugefügt und ich kann jetzt mit dieser E-Mail-Adresse senden oder E-Mails senden und empfangen. Und das zeige ich dir auch gleich praktisch in Gmail wie das nachher funktioniert aber ein kurzer Schritt ein sehr wichtiger Schritt vorher noch und das spielt jetzt natürlich eine Rolle was für einen Browser du verwendest. Ich empfehle wenn du schon das Ganze über Google machst über Google Workspace dann nutze auch Google Chrome einerseits wegen den vielen Plugins die du einrichten kannst und zweitens einfach weil es einfacher ist. Und wenn du jetzt schon Google Chrome nutzt dann hast du wahrscheinlich ein privates Konto über das du jetzt gerade diese Einrichtung gemacht hast und das solltest du nicht zusammen vermischen. Ich empfehle dir dass du jetzt für dieses Konto ein neues Google Chrome Profil erstellst das dann nur für dein Unternehmen ist. Also nur für Dinge die mit deinem Unternehmen zu tun haben denn du hast darin nachher ja auch diesen dein Unternehmens Google Drive und dann hast du es einfach getrennt. Wie du das machst ist ganz einfach du könntest hier rauf gehen auf dein Profilbild dann auf hinzufügen auf anmelden und dann kannst du dich jetzt hier mit deinem neuen mit deiner neuen E-Mail Adresse also diese hier die du gerade eingerichtet hast dein Name deine Domain.com und dann erstellt es gerade ein neues Profil dann gibst du dein Passwort ein klickst hier auf weiter da kannst du die Synchronisierung aktivieren das heißt wenn du dich auf dem Handy ebenfalls mit dem Konto anmeldest was ich empfehle natürlich die Gmail App herunterzuladen und dann kannst du das Ganze hier auch mit Google Chrome dann wenn du Google Chrome auf deinem Handy hast kannst du deinen Verlauf deine Suche auch mit diesem Konto vorknüpfen also ja bitte dann hier auf ok kannst du es sogar noch personalisieren dann auf fertig genau hier könntest du dann wieder zwischen den Profilen wechseln und jetzt hast du einfach dein privates und dein Unternehmensprofil getrennt wenn du denn jetzt auf Gmail hier klickst kannst du hier noch die Funktionen anpassen ich schalte die meistens aus das ist nicht zu viel E-Mails in den Spam Ordner verschiebt aber das ist natürlich dir überlassen da kannst du hier noch kurz eine Einführung durchgehen aber hier noch ein Schritt wenn du dann auch einfach über diesen Tab hier von deiner alternativen E-Mail Adresse schreiben willst musst du meistens hier noch auf Einstellungen gehen dann Konten und da kannst du hier noch weitere E-Mail Adressen hinzufügen und je nachdem auch als Standard festlegen wenn du mehr mit dieser E-Mail Adresse schreibst anstatt mit einer persönlichen spielt keine Rolle auf jeden Fall wenn du jetzt hier auf senden klickst dann kannst du auswählen von welcher E-Mail Adresse aus du das Ganze senden willst das ist ein riesen Vorteil und das nächste ist dann natürlich Google Meet das ist wie Zoom eine Videokonferenz Plattform die du halt direkt in der E-Mail integriert hast das heißt wenn du später auch ein Team hast kannst du Spaces erstellen Gruppenbereiche da kannst du dann direkt eine Videokonferenz starten die anderen können reinkommen und so wird einfach die Remote Arbeit sehr sehr viel einfacher ja das ist das Ganze auch schon also ist nichts kompliziertes und ich hoffe du konntest mir Schritt für Schritt folgen und das Ganze auch für dich einrichten jetzt wie versprochen das war die Schritt für Schritt Anleitung wie du deine professionelle E-Mail Adresse mit Google Workspace erstellen kannst und wenn dir das Ganze gefallen hat und dir weitergeholfen hat dann freue ich mich natürlich über ein Like und ein Abo dass du keine Inhalte wie diese mehr verpasst denn mein Ziel ist es Unternehmern und Selbstständigen zu helfen ihr Marketing zu vereinfachen und selbst in die Hand zu nehmen und genau darum haben wir uns entschieden am 16. November um 17 Uhr am Nachmittag ein kostenloses Online Training zu veranstalten und in diesem Training werden wir dir Schritt für Schritt zeigen was du alles sonst noch brauchst um dein Marketing so effizient und effektiv wie möglich aufzubauen so dass du automatisch über all deine relevanten Kanäle deine Leads erfasst sie pflegen kannst und sie nachher in glückliche Kunden verwandelst die dir online eine Bewertung hinterlassen dich empfehlen und wieder kaufen und wie das genau funktioniert werden wir dir am 16. November 2023 um 17 Uhr zeigen in diesem Sinne auch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal